So, und da sind wir wieder mit Dust in Elysienthal. Und heute verborgen wir. Heute erkunden wir die verborgene Lichtung. Oder auch nicht, ich habe mich gerade anders entschieden. Ich komme nämlich dann noch gar nicht rein. Ich will ein passendes Skill haben. Ja, die Hälfte haben wir schon erforscht, das ist doch schon mal was. So, dann halt das Efeutal. Zum Wäsche waschen. Okay, da komme ich nicht runter. Okay, das geht auch nicht. Achso, das war... Das waren die Sprengviecher. Verdammt. Das fängt ja gut an. So, ich gehe wieder aufzubrennen. So, aber wieder heilen ein bisschen. Sprengviecher sind gemein. Wie hat sich die ausgedacht? So, piff-paff. Komm ich da rein? Nein. So nicht. Da unten ist wieder so ein Durchkriech-Ding oder so. Nee. Kriechen kann ich noch nicht. Am besten Willen nicht. Okay. Da unten liegt ein Plan. Dankeschön. Was gibt es hier? Ein leichtes Catnap-Bauplan. Okay. Ich habe doch ein bisschen sehr viel Kraft. Bin natürlich voll gut. Hey, bist du hier, um mir zu helfen? Bitte sag mir, bist du hier, um mir zu helfen. Lass mich sagen. Du bist Corbin? Du weißt, dass deine Freundin schon immer wiederholt ist. Ich musste hier, mit all diesen Monstern herum. Ich musste hier, mit all diesen Monstern herum. Aber sie sind alle weg. So, du musst jetzt sicher sein. Bist du hart? Du brauchst dir Hilfe nach Hause? Ich bin okay, glaube ich. Ich weiß, wie ich mich selbst zu helfen. Ich komme hier oft, aber... Es gab keine Monstern. Du kannst doch gehen, wenn es klar ist. Was kriegst du jetzt? Ah. Okay. Also, Nebenquests sind anscheinend auch ganz wichtig. Das wird ein Spaß. Monster töten! Yay! Und... Hups! Ah. Mhm. Haha. Nichts, nichts. Ich sage nur, würde es nicht schade sein, dass ein Pfeil von I.V. in seinen Baskett fallen? Du weißt, komplett durch accident. Oder, du weißt, nicht. Du bist positiv schweig, Fidget, aber... Was macht denn das Zeug, wenn ich wüsste, was das Zeug macht? Ach komm! Gut, gut. Das wird dem Geist zeigen, dass ich nicht die pfeiligen kleinen Kinder rauskriege. Du hast es gesagt, aber erinnere dich, wenn wir getötet werden, werde ich dich schweigen. Okay, was auch immer. Mit... Pfeil. Ja, Geist, Geist. Er ist einfach glücklich, dass ich keine Klappe auf seinem Gesicht schweige. Er hat das Gefühl, dass er nicht die Klappe auf seinem Gesicht bezahlt hat. Dann habe ich es alles. Das ist Fidget, Fidget ist cool. Das mache ich natürlich nicht, weil es mir Spaß macht oder sowas, ne? Dass ich hier fremde Wäsche vergifte. Du wüsst halt nur gern, was das Zeug macht. Normal, also in echt mache ich sowas natürlich nicht. In echt bin ich ein ganz umgänglicher Typ, ne? Oh, hey. Brauchen wir einen gelben Resonanzstein. Oh, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ach ne, da brauchen wir eine Bombenfrucht. Ich wieder. Einen gelben Resonanzstein, ne? Brauchen wir so ein Ding. Boom! Baby, boom! Au, ich brenne! Ich brenne! Nein, 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 nein. Ja, ja, komm. So, es ist effektiver. Es ist effektiver, als das Ganze mit Fidget zu machen. Einfach kurz rangehen und sagen, Moin! Hier, siehst du? Boom! Weg! Erledigt! Okay. Achso, das ist hier. Ah, jetzt sind wir hier. Interessant. So, haben die das also geregelt. Ja, schön gemacht. So, zwei geheimnisvolle Wandhühner. So. Ja, mehr Schätze kann ich da. Im Augenblick habe ich das Gefühl auch noch nicht finden. Also, es ist viel mit Backtracking verbunden. Weil man erst Fähigkeiten lernen muss nun. Hm, kommen wir hier mit. Hallo, ich habe deine Kobold heute. Bitte, lass mich wissen... Ich habe meine Augen... Was? Nein, ich meine, ich habe sie. Du Schwein. Er lernt es einfach nicht. Ich kann, ich kann ihm nicht sagen, dass ich sein Materialzeuges gefunden habe. Das ist wild. Moin, Corbin. Was geht, Digga? Oh, hallo wieder. Vielen Dank, dass du mir vorhin helfen hast. Ach, kein Problem. Du bist willkommen, Corbin. Und dann bleibst du einfach ein bisschen wunderschön. Okay? Es ist zu gefährlich für ein Kind wie du. Und keine Angst vor Giani. Ich werde ihn abschneiden. Ja, wie bei der Lundrie. Ja, Fidgets. Wie bei der Lundrie. Okay, okay. Danke nochmal. Du weißt, du bist ein ziemlich guter Kampf. Ich weiß. Ich setze alles auf Angelos Kraft. Du bist so stark? Ich glaube, du hättest kein Problem, ein 1.000-Hit-Kombo zu bekommen. Ja, stimmt. Natürlich nicht. Du kannst es in seinem Schlaf machen. Schlaf-Kombo. 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 Du denkst wirklich, dass du es machen kannst? Ein 1.000-Hit-Kombo? Natürlich. Warum nicht? Oh, wau. Wunderbar. Hey, wenn du das 1.000-Hit-Kombo hast, solltest du sagen, das ist für Corbin. Ja, nein. Ich mache das nicht. Aber ich versuche, den Kombo nur für dich. Ich werde sicher, dass er wieder wegkommt. Ich werde sicher, dass er wieder wegkommt. Ich werde sicher, dass er nicht wegkommt. nicht wegkommt. Ich werde sicher, dass er nicht wegkommt. Nein? General Gaius und seine Soldaten haben ihn in diesem Monster verändert. Und Fuse ist sicherlich nicht der einzige, der von General Gaius' Gefahr der Moonblut. Wir sollten mit Ginger sprechen, um mehr über diesen Konflikt zu lernen. Okay, du redest mit Ginger, ich, äh, bin aber weg. Hey Ginger, lass uns reden. Oh, du wieder. Mayor Bram sagte, dass du schon verlassen hast. Ja, er fragte uns, den Liedern dieser Monster zu stoppen. Es ist so, es war eine Moonblut, der Fuse namens Fuse. Er hat komplett verrückt. Fuse? Oh, nein. Er war diese Monster? Du ihn? Du ihn? Du ihn kennengelernt? Er war immer ein Homocidal-Pyromaniak? Was? Nein, niemals! Warum hast du ihn? Er hat den Denim-Village, Ginger. Er hat viele viele Menschen inocenten. Er hat nicht gehört, zu hören, und er hat sich auf die Aurora. Ich musste ihn zu retten. Der Krieg macht uns alle von uns in Monster. Dann danke dir, für die Fuse aus seiner Schmerzen. Right vor dem Ende, er sieht so, er hat mir gesagt, er hat mir gesagt, er hat mir gesagt, er hat mir gesagt, über die Kriege, über deine Familie. Er war da, der Tag, meine Familie wurde getötet, ja. Er holte, für seine Menschen zu holen. General Gaius hat die Stadt, er hat sie auf der Boden. Ich dachte, dass Fuse wurde getötet. Jetzt wünsche ich sie. Entschuldigung. Und warum ist das? Das letzte Mal, ich sah eine Schmerzen wie dein, war der Tag, die meine Familie wurde getötet. Das Schmerzen. Das Schmerzen. Er gehört zu Gaius' Soldaten. Wer bist du, wirklich? Ich... weiß nicht. Das ist nicht eine Antwort. Hey, Ease auf! Ich kann nicht erinnern, okay? Er weiß nicht, seine reale Namen. Er weiß nicht, du musst, er sei Dank. Er hat nur diese Stadt geschaut. Und ich... Ich habe ihn gemacht. Ich habe ihn gemacht. Und ich bin auch wirklich hungry. Oh Gott. calmest dich. Sie ist richtig zu sein. Ich weiß nicht, wer ich bin. Aber ich bin, als einer von Gaius' Soldaten. Und das kann nicht gut sein. Vielleicht. Aber dein Freund ist richtig. Du hast meine Familie zweitens heute. Gaius und seine Soldaten würden das niemals tun. Especially wenn sie wussten, dass ich hier war. Sie haben mehr vom Krieg. Warum ist Gaius so obsesst mit diesen Moenbloods? Und was machen sie? Nichts. Sie existieren. General Gaius sie als eine impurität. Eine Art, kosmische Fehler, die er glaubt, muss von diesem Weltkrieg sein. Ich habe versucht, zu helfen, aber es ist schwer. Es gibt nicht viele Moenbloods außerhalb ihrer Familie. Und es ist nur ein Punkt der Zeit, bevor Gaius sie aus. Entsprechend. Ist es etwas, was ich tun kann, um Hilfe zu helfen? Wenn nur ein Mann gegen eine Armee stehen könnte. Wahrscheinlich, nein. Es gibt nichts, was wir tun können. Es gibt keine Hoffnung für die Moenbloods, mit meiner Familie. Ich kann es mit einem Armee ausnehmen. Hallo? Kein Problem. Ja. Die Räume und Sträume um die Aurora starten, ohne Wasser. Die einzige, was zu tun ist, geht nach links. Es ist nur ein Punkt Zeit, bevor die anderen folgen. Warum werden die Räume aufhören? Es ist nicht so, dass es sehr heiß ist. Und war es nicht so, dass es eine große Räume ist? Ich weiß, es macht keinen Sinn. Ich bin ehrlich, ich denke, dass das ganze Land ist kursiert. General Gaius hat das Land für immer. Ich glaube, es wird niemals zurückkommen. Wo finde ich ihn? Die einzige Weg, um diesen Krieg zu stoppen, ist, um General Gaius zu stoppen. Dann muss ich wissen, wo ihn zu finden. Diese Kampagne weitergeht in den Norden. Wenn du die Fehler von deinem Kind helfen willst, dann bist du frei, mich zu erinnern. Ich bin Angst. Oh oh. Was war das? Es kam aus dem Zentrum der Stadt. Oh hey, neue Monster. Was sind diese Dinge? Monster. Ginger, komm her! Die können ja gar nichts. Das war ja gar kein Problem. Das ist das letzte von ihnen. Ginger, bist du okay? Ich... Ich werde gut sein. Du solltest unten gehen und herausfinden, was passiert. Okay. Du solltest nicht hier bleiben, Ginger. Es ist zu gefährlich. in den Norden. Wir werden mit dir geschehen, nachdem wir auf den Boden getroffen sind. Bleib sicher, Dust. Wir treffen uns wieder bei Roan Pass, am Fuß des Blackmoor-Mountains. Wir wurden enttäuscht! Hat die Kampagne geöffnet? Das entspricht. Hat deine Kampagne viele fliegende Monster drin? Wie würde ich wissen? Ich habe die Kampagne nie niemals, niemals, niemals. Außer, nur einmal. Ich denke, das ist das, was mich so gemacht hat. Vielleicht. Okay. Ich wüsste nicht, dass deine Kampagne nichts zu tun hat, Reed. Ich habe die Kampagne. Ich habe die Kampagne geschehen. 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 Ich verstehe. Ich habe die Kampagne geschehen. Ich habe die Kampagne geschehen. Ich habe mich nicht mehr, die Sache ausgleichen. Ja, das wäre gut. Mission abgeschlossen.